Hast du dich angenommen? Nein. Denkst du auch, weil du 14 bist was besseres, ne? Du hast dich verändert, seitdem du 14 bist. Alle sagen das. Alle sagen das. Messing! Wer links? Artlist I.O. Was ist hier? Tötet die, oder? Ah, ich tu schon die irgendwie. Weiter links, Frau, weiter links. Da kommt noch eine Gruppe am Klick. Ja. Wir bleiben, wir bleiben hier. Wir gehen nicht hoch. Aufbauen bitte. Kite bereit machen. Wir bleiben hier. Der nächste. Kommt zurück. Lasst die kommen. Oh, der Pulk. Der Pulk. Ich will euch metzen. Kommt her, Mann. Alter. Oh, ich bin nicht gemetzt. Es ist Spaß, Alter. Warte. Wir sind ein bisschen weiter links. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Brauch einen Moment, brauch einen Moment, brauch einen Moment, brauch einen Moment. Caster. Metzt. Oh, Pat kommt. Pat kommt auf mich. Der Routen. Von dem jetzt, von dem jetzt. Der Wolf bitte noch. Ja, nein. Ja, bitte Pat clearen. Ja, bitte Pat clearen. Und dann von links aufräumen bitte. Von links aufräumen. Nein, 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 nein. Was wird denn mit? Oder Routes? Pat ist da. Die da von vorne. Pat ist da von vorne. Schöner Rout. Schöner Rout. Pat Metz, der hat Caster. Die da. Ah, gehört nicht. Ja. Nächste. Na, hoffentlich killst du ihn jetzt. Das wird gut. Komm, wieder runter. Nächste. Oh, gut, ich muss bauen. Nächste. Nehmen wir ein paar Techs. Pat danach. Danach den... Der reinkommt Link. Bitte Pat clearen. Ist die D-Buff gar nichts machen. Der Caster. D-Buff. Hinter uns... Hinter uns steht noch... Im Nord-Osten steht noch einer rum. An der Speed Warp. Pat clear. Ach, das ist mein... Ja. Pat, wir schieben weiter? Fragezeichen. Dick... Ach, achso, ja. Ist Dick... Hinter uns hat Perch gezogen. Ja, ja. Wir gehen jetzt von... Rechts bitte drauf. Target. Go, go, go. Und splitten. Ich auf einem Haufen. Target. Wo wir Animationen mitmachen. Also... Ach, die D-Buff nehmen wir auch scheiße drauf. D-Buff. 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 Ich bin gemetzt. Ja, gerade gesehen. Scheiße. Danke. Stunt. Stunt. Tot. Metzt nochmal auf Deep. Nächste. Schieb ein bisschen vor. Ich krieg jetzt das... Das... Necropet. Ich route das erstmal ab. Splitten. Aufsplitten. Nächste. Ich hab einen Haufen, bitte. Achte da mal bitte selber drauf. Ja. Richtig guter Kork. Musste mich ein bisschen mit einweisen, weil ich... wegen Target picken muss. Kommt die? Kommt der Gruppe? Ja. Ich nehm die. Ich nehm die. Ich nehm die. Target. Ja, hinten. Wir gehen ziehen raus. Nein, das ging jetzt halt. Head clear. Wir halten uns Richtung Osten. Und dann am Handel. Von dorten kommen wieder eins zu Richtung uns. Oh, ne ne ne. Den hab ich. Stick up, stick up, stick up. Wir gehen weiter. Ne ne ne. Osten bitte. Alle bitte Osten. Ja, ich komm mal. Ich komm mal. Ich komm mal. Ich komm mal. Da ist noch was rein hinten dran. Westen. Lass von der Lasse über die Auffahrt gehen. Über die Auffahrt. Über die Auffahrt. Markus. Weiter, weiter, weiter. Ja, 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 weiter. Richtung Ost-Nord-Ost. Oh, da ist noch ein Grooving von Bär. Shit. Und Nord-Frost? Ich hab bloß Phase. Wir gehen ins Wasser. Nord-West bitte, wenn ihr könnt. Ich komm mal nicht hin. Na, ne. Es ist vorbei. Es war jetzt hier komplett der Mangel. Ah, Mann, ey. Passt. Piercing 10. Oh, Ink. Na, das läuft ja. Wir gehen bitte Richtung Nord-Osten. What are two different groups? Welche Richtung? Nord-Osten, hab ich gerade gesagt. Nord-Osten. Kam nicht an. Sorry, darum frage ich. Okay, darum sag ich's auch nochmal laut. Sehr gut. Target. Target. Splitten, splitten, splitten. Nächsten Target. Unser. Nächsten Target. Nächsten Target. Unser. Nächsten Target. Ja. Ja, die haben Mets jetzt. Alle Mets. Nächsten Target. Okay. Wir kriegen noch nicht. Die können nicht fallen. Nein, Target. Ich hab safe hier. Ich hab safe hier jetzt. Ach, Mann. Ich hab mit drauf. Na, hier ist einer. Geil. Geil. Hab ich ja keine Mana, ne? Alter, da hab ich schon mal ein bisschen Mana-Loch. Was ist denn das Geist? Das ist krank, Alter. Check out. Wir müssen mal Mana-Recken. Wofür was nuke ich denn hier jetzt? Wo ist denn was ist denn hier so los? Aha. Aha. Na ja. Gut. Schock's, da krieg ich nicht drauf. Wenn da nicht steht, ich mach den Schaden, mach den Schaden nicht. Den Faktieren waren besser als die ungebotierten Tage. Ja, so siehts aus. Incoming. Wir gehen über den Hügel. Das die uns noch nicht sehen. Splitten, aufsplitten. Bereit machen. Glatschen Instant Mets, nee Instant Stunt Ich hab Kraso geprungen Wir tütschen auf Ebi Sonntilchschau'n Artlist I.O Ich hab Pat dran, Bench, Pat und Stunt Warte, ich metze dir das Ich metze Nach Caityn hinten Den kriegt Stunt Ah, ist ne Stunbar Keine Mana Hinten und drinnen Komm zu mir, komm zu mir Komm zu mir Ja, mach ruhig bleiben Den nächsten Syx Ich kann nur noch debuffen, ich kann nur noch Korin, ich hab keine Mana Ja Pet clear, Markus Hinten ist noch einer frei Läuft weg, Richtung Wasser, bitte Ja, ich komm mit Keine Mana, ich komm mit Ich lüge den down, achte mein Schaden Geil Ey, ich will den Bomben im Bench, die ab Putin, Putin Bin ich dabei, bin ich dabei, bin ich dabei Nein, lass abgehauen, ich hab kein Mana mehr Hahaha, scheiße Er ist daft, hör auf! Och Mensch Nee, für Bernd den Debuff er erstmal nicht mehr Ding von vorne Von vorne, von vorne, von vorne Bei seiner Gruppe wahrscheinlich Ja, voll Mach weg, mach weg, mach weg Mat Street Vet just weg Is weg Ist weg Target Auf Mat als Fahrer Fire Artlist I.O. Ja Guck mal ganz anders, ich drücke ein Heal, du bist voll, du kriegst kein damage mehr Ja Wie weggst du hier noch der du Link fernst, Stunt Badus nackisch, Badus nackisch, Badus nackisch Bieren wir bitte MhM. Der USA war der. Artlist I.O. Sagenhaft, Guys! Sagenhaft! Ichse ein Newt von Mochmaß. Ingue Front. Link! Sohn Front! Benutz, nutz, nutz deren Speedwop! Nutz, nutz deren Speedwop! Nutz deren Speedwop! Sohn East, sohn East drauf! Ja, Nord-Ost nochmal! Links der Healer! Fündchen! Da auch ein Damage! Wo stehst du denn du? Ja, du bist voll vorne mit mir! Dann, die pushen rein die Jaller! Ja, ich hatte auch alle im Nearside drinnen halt, so, deswegen... A-EOS mit rein! Hinten den Rinnen! Reimagined! Bart is wrapped, Bart is wrapped, Bart is wrapped! Hinten drin, den Lauf! Bart im Netz! Block ist mein Target! EriMo! Egal, egal, egal! Ich root das Pad ab, ich root das Simulacum ab! Nein, nein, bleib stehen! Ach so! Boote links! Ach, god damn! Nix tot! So lag, klub es gleich tot! Ich mach mal in der Bombe 500, Alter, was ist denn los? Der Bart im Netz angloben! Kabi hat Zeusche, Kabi hat Zeusche! Los? Ja! Bang auf Nintendo. Poosh poosh plusch! Früher, truth! WTF? Fuck! Oh. Tend.